Herzlich Willkommen hier im Deutschen Freistag in Berlin. Holz als nachwachsender Rohstoff kann maßgeblich zum Klimaschutz beitragen. Mit Holz lässt sich die Zukunft gestalten. Holz ist nachwachsend, ein nachhaltiger Baustoff. Neubau muss schon heute den Anforderungen auch von 2045 entsprechen. Und da kann Holzbau ganz viel dazu beitragen, dass wir die Kaskadennutzung stärken und das CO2 gespeichert halten. Ich bin überzeugt, dass Holzbau auch die Holznutzung des Klimas reparieren oder retten kann. Mit Holz lässt sich gut bauen und wohnen. Holz ist so einzigartig. In der Baubranche muss sich viel verändern. Und da scheint mir die Holzwirtschaft schon ein Stückchen vorangegangen zu sein und eine gute Startposition zu haben. Durchbauen mit Holz wird Kohlenstoff für viele Jahre gespeichert. Mit Holz lässt sich die Welt besser machen. Holz ist der ideale Baustoff. Dass wir den notwendigen Wohnraum auch schaffen, den gerade in den Backen zu bieten. Ganz herzlichen Dank. Danke. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017